Hiiii Kaddi, Heik, Rostorf, Heik, Lixung und Co. Ihr seid die Besten, so oder so Du Kaddi, ich hab da mal eine Frage und zwar, wie ist momentan die Lage an jedes Tag der Christoph Schuhe Ich hätte gern ein Megafon Jetzt kommt mal die Frage hier ganz direkt von mir zu dir Deine Amo-Zahl ist groß Warum ist bei dir nix los? Ja, also meine Frage wäre, warum ist deinem Youtube-Channel-Kanal in letzter Zeit ja immer weniger los? Jeder hat ein Privatleben aber da ist ja schon echt wenig los Hallo, Typ aus Frankfurt Ich glaube, du bist Mauritius Bin mir nicht ganz sicher Ja, warum ist auf meinem Youtube-Kanal nix mehr los? Ich hatte tatsächlich in letzter Zeit viel im Real Life zu tun Das sind aber auch videotechnische Sachen Ihr dürft gespannt sein auf Sachen, die ich vielleicht nicht auf meinem Youtube-Kanal hochlade Vielleicht aber doch, wenn ich's darf Aber es sind so Fernsehinterviews gewesen auch diverse Sachen von UFM und eins Festival, wo ich mit einer Kamera gefilmt wurde in einem großen Studio, aber das ist alles noch in den Kinderschuhen und ich weiß nicht ob ich das erzählen darf, aber man darf gespannt sein und dann wird auch wieder mehr los sein Vielleicht auch auf meinem Youtube-Kanal Ich mache im Moment andere Filmprojekte Ja und Uni hat mich auch ein bisschen gestressen Deswegen ist leider in letzter Zeit jetzt nicht so viel auf meinem Youtube-Kanal los gewesen Tut mir leid Kommt nicht nochmal vor Ich hoffe Ich hoffe Ich hoffe Ich hoffe Ich hoffe